Heute im Video 4 Whisky Empfehlungen für Einsteiger. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Maltz. Heute wieder nur mit mir Malte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute will ich eine kleine neue Serie starten. Einkaufstipps mit Malte sozusagen für Whiskys. Und ich dachte, ich fange mal an mit 4 Whiskys für Einsteiger. Und ich möchte euch also heute 4 Whiskys ganz kurz und knapp vorstellen. Es soll nicht ewig lange dauern. Jeder Whisky vielleicht so 2-3 Minuten. Und es sollen einfach Empfehlungen sein für Menschen, die sich jetzt gerade das erste Mal mit Whisky beschäftigen. Und in dieser Riesenwelt gar nicht wissen, was sie da so kaufen sollten am Anfang. Das sind ganz persönliche, von mir rausgesuchte Empfehlungen. Das muss nicht heißen, dass die für jeden passen. Ich weiß, ganz viele werden Vorschläge haben, was sie empfehlen würden. Das ist auch super in Ordnung. Ich denke, ich habe einfach 4 Whiskys rausgesucht, die einem nicht ständig empfohlen werden. Also, welche Grundregeln gelten für die Whiskys heute? Alle Whiskys kosten auf jeden Fall unter 50 Euro und werden auch noch eine ganze Zeit unter 50 Euro bleiben. Sie haben maximal 46% Alkohol. Ich denke, bei Einsteiger-Whiskys ist es besser, weniger Alkohol zu haben. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob gefärbt oder kühl gefiltert wurde. Das ist, glaube ich, für Einsteiger auch nicht so relevant. Und ich habe probiert, mit diesen 4 Whiskys ein gewisses Spektrum abzubilden, sodass man verschiedene Whiskys empfohlen bekommt, in diesen 4 ausgesuchten Whiskys. Ich würde sagen, wir starten einfach. Und wie gesagt, alles ganz persönlich, ganz subjektiv und 4 Whiskys, die, glaube ich, eher selten empfohlen werden. Und ein großes Dank geht an Wick und Arne von Wick, die mir die Bilder zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. Los geht's. Wir starten mit einem Whisky, den ich rausgesucht habe, weil er eine Altersangabe hat, weil er von einer Bekanntenbrennerei kommt und weil er sehr ausgewogen und mild ist und ich glaube, trotzdem spannend und viele Aromen bietet. Und zwar Glenn Fittich, 15 Jahre, Auer Solera Reserve. Ihr bekommt ihn für um die 40 Euro, würde ich sagen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wo ihr kauft. Und habt einen Whisky aus einer der berühmtesten Brennereien der Welt, Glenn Fittich in der Speyside. Außerdem hat er eine Altersangabe mit 15 Jahren, ist eine Mischung aus Ex-Burbon, Ex-Sherry und einem kleinen Anteil Virgin Oak Fässern und wird noch dazu mit diesem Solera-Verfahren gelagert beziehungsweise zu Ende gereift. Vermehlt ist vielleicht das Wort, was ich suche. Und zeichnet sich dadurch durch eine ziemliche Milde aus. Aber wir hatten ihn im Video und uns hat er richtig gut gefallen, Marc und mir. Das ist ein Whisky, den ich auch immer noch gerne trinke, obwohl ich jetzt schon viele Jahre beim Whisky bin und mich selbst einfach nicht mehr als Einsteiger sehen würde. Und ich glaube, das ist einfach was Gutes, was man sich, wenn man bei Whisky anfängt, mal gönnen kann. Der ist nicht zu teuer, er hat eine schöne Alterszahl auf dem Etikett und der Whisky ist auch so alt und hat eine tolle Verpackung, wie ich finde, schönes Design, sieht gut aus in der Hausbar, wenn man anfängt, sowas zu bauen vielleicht, sich aufzubauen, so eine kleine Sammlung an Whiskys. Und ja, wird leider erschreckend wenig empfohlen, weil viele ihn wahrscheinlich als langweilig abtun. Also erste Empfehlung, Glenfiddich, 15 Jahre. Mein zweiter Whisky in der Empfehlungsreihe ist der Tamdu 12 Jahre. Eigentlich hätte ich gerne den Tamdu 10 Jahre genommen, aber da weiß ich nicht, wie lange der noch verfügbar ist und er steigt gerade relativ stark im Preis. Deswegen, der 12er wird zukünftig auf jeden Fall gut verfügbar sein und ist mit knapp 40 Euro jetzt auch nicht übertrieben teuer. Warum der Tamdu 12? Ich wollte euch einen Sherry-Fass gelagerten Whisky präsentieren, der vielleicht nicht so häufig empfohlen wird. Ja, Glendron nach 12 Jahre ist ein toller Whisky. Eberlauer macht tolle Whiskys, die zumindest in Teilen Sherry-Fass gelagert sind. Aber Tamdu fliegt immer noch so ein bisschen unterm Radar und ich finde, die haben verdient, in so einer Liste aufzutauchen. Tamdu 12 gelagert in Oloroso-Fässern, wie alles bei Tamdu, abgefüllt mit 43% und hat einen ganz, ganz kleinen Rauchmalzanteil, 4%. Das merkt man jetzt nicht als rauchig im Whisky, sondern als eine schöne Würze. Also wenn es ein bisschen kräftiger sein soll als der Glendfiddich 15 Jahre, dann ist meine Empfehlung Tamdu 12 Jahre. Meine dritte Empfehlung ist der Crag & Moor 12 Jahre. Ein Speyside Whisky mit einem kleinen rauchigen Twist dabei. Viele würden ihn wahrscheinlich eher als langweilig abtun. Bei mir war der Crag & Moor 12 Jahre eine der ersten Flaschen Whisky, die ich vor ungefähr 10 Jahren mir zugelegt habe. Vielleicht hat er auch deswegen so einen kleinen Platz in meinem Herzen. Er kostet um die 30 Euro und hat auch vor vielen Jahren um die 30 Euro gekostet. Da sind wir also absolut preislich stabil. Wir haben eine Altersangabe von 12 Jahren und wir haben halt eine Speyside-Brennerei, die hier so ein ganz bisschen Rauch mit ins Spiel bringt. Und das finde ich ganz toll. Wir haben also leichtere, fruchtige, helle Früchte, Aromen, Birne, Apfel, sowas in die Richtung und dann so einen kleinen Twist mit dem Rauch mit drin. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Für diejenigen, die halt diesen Schritt gehen wollen in die leicht rauchige Richtung, ist der Crag & Moor 12 eine tolle Alternative, zum Beispiel zum Highland Park 12 Jahre, der ja auch häufig empfohlen wird. Also Speyside mit ein ganz bisschen Rauch, Crag & Moor 12 Jahre. Und was wäre eine Empfehlung an Ansteiger-Whiskies, Scotch-Whiskies ohne einen rauchigen Vertreter? Und da gibt es ja wirklich eine enorme Auswahl. Laphroaic 10, Lagavulin 16 ist glaube ich der absolute Klassiker. Und deswegen wollte ich die nicht empfehlen. Wahrscheinlich wurden euch diese Whiskies empfohlen und das sind auch extrem gute Empfehlungen. Auf jeden Fall könnt ihr wunderbar probieren. Taliska 10, wenn es nicht ganz so heftig sein soll. Der Whisky, den ich euch empfehlen möchte, fliegt auch da so ein bisschen unter dem Radar. Und zwar der Longrow Peated. Keine Altersangabe, das stimmt. Um die 35 bis 40 Euro. Aber ein Whisky, der selten empfohlen wird. Und das finde ich sehr schade. Er kommt aus der Brennerei Springbank. Ist damit in der Region Campbelltown zu Hause. Und lagert in Ex-Bourbon-Fässern. Und dieser Whisky wird mit 46% Alkohol abgefüllt. Ist damit am oberen Limit, was ich für dieses Video gesetzt habe. Und hat wirklich eine schöne, rauchige Kraft. Dazu dieser leichte Campbelltown-Charakter, den ich immer als ein bisschen dreckig bezeichnen würde. Klingt vielleicht nicht so angenehm, aber so ein bisschen Kuhstall ist da mit drin bei Springbank. Für mich eine sehr spannende, sehr spezielle, aber auch sehr schöne Note. Und deswegen, wenn ihr einsteigen wollt in die Welt der wirklich rauchigen Whiskys und was Spezielles sucht, was vielleicht auch nicht dann bei jedem zu Hause steht, ist der Longrow Peated eine ganz, ganz tolle Wahl. Das waren meine vier Tipps für Whisky-Einsteiger. Wir haben was Mildes dabei mit dem Glendfittich 15. Wir haben was mit Sherry dabei, Tamlu 12. Ein bisschen was mit Rauch, Craig & Moor 12. Und am Ende mit dem Longrow Peated einen rauchigen Whisky. Lasst mich wissen, ob euch diese Empfehlungen gefallen. Kommentiert gerne drunter, was ihr empfehlen würdet. Was vielleicht auch ein bisschen abseits von den Mainstream-Empfehlungen ist. Was ich vielleicht übersehen habe. Was euer Geheimtipp ist. Was ihr jemandem empfehlt, wenn er zu euch kommt und sagt, hey, ich würde gerne mal Whisky probieren. Was kannst du mir empfehlen? Da gibt es ja Möglichkeiten wie Sand am Meer. Kommentiert einfach. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo. Und die Serie führe ich auf jeden Fall fort. Fortgeschrittene, rauchige Whiskys, Fassstärken. Da gibt es ja noch einiges, was man behandeln kann. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020